Vier Kampfjets hoben in den rumänischen Himmel ab, nachdem ein unbekanntes Objekt den Luftraum verletzt hatte, sagte das rumänische Verteidigungsministerium. Das Objekt, von dem vermutet wird, dass es sich um eine Drohne handelte, wurde im Südosten des Landes, in der Nähe des Schwarzen Meeres entdeckt. Laut dem Ministerium erfassten die Radare ein kleines Objekt, das in Richtung Tulzea flog, bevor es um 2.30 Uhr am Samstag das Signal verlor. Dies ist die zweite Drohne, die den nationalen Luftraum Rumäniens verletzt, schreibt Radio Free Europe. Unmittelbar nach der Alarmierung startete das Militär zwei F-16 Jets und zwei spanische F-18 Jets. Die Piloten konnten die Drohne jedoch nicht sichten. Am 17. Oktober wurde ein weiteres fliegendes Objekt entdeckt. Der rumänische Premierminister Marcel Tcholaku erklärte, dass sein Land die Möglichkeit einer cybernetischen Herausforderung analysiere, da die Piloten keinen visuellen Kontakt mit der Drohne hatten. In der Vergangenheit haben russische Drohnen den Luftraum Rumäniens während der Angriffe in der Ukraine verletzt.